Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Viele Frauen überlegen sich, die Pille abzusetzen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, um schwanger zu werden, sei es, um hormonfrei zu verhüten oder aber auch wegen Nebenwirkungen. Und viele stellen sich dann natürlich die Frage, wie mache ich das eigentlich? Wann mache ich das? Was passiert mit meinem Zyklus? Und was für Nebenwirkungen hat vielleicht auch das Pille-Absetzen? Was passiert eigentlich mit meinem Körper und meiner Psyche? All diese Fragen klären wir jetzt in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ich bin Arzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und seit geraumer Zeit auf den sozialen Medien unterwegs, um auf und zu erklären. Ihr könnt mich bei Instagram suchen und finden und vergesst vor allen Dingen nicht bei YouTube die kleine Glocke zu aktivieren, dass ihr auch keine Inhalte mehr verpasst und immer up-to-date seid, was das Thema Gynäkologie angeht. Jetzt starten wir mit dem Thema Pille-Absetzen. Riesiges Thema. Werde ich auch immer wieder in der Praxis mit konfrontiert? Frauen sitzen vor mir und sagen, ich würde gerne die Pille absetzen. Meine erste Frage ist natürlich, alles klar, machen wir. Warum denn? Meistens ist es der Kinderwunsch, dass sie jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt schwanger werden. Ich bin jetzt so und so alt, Partner, alles bereit, jetzt wollen wir loslegen. Da möchte ich halt die Pille absetzen. Oder aber eine Aussage, die jetzt auch immer öfter kommt, ich möchte gar keine Hormone mehr nehmen. Ich möchte einfach hormonfrei verhüten, deswegen möchte ich die Pille absetzen. Wie mache ich das denn eigentlich? Oder aber medizinisch auch sehr, sehr wichtig, ich habe Nebenwirkungen. In welcher Weise auch immer. Ich habe Nebenwirkungen und dann sagen wir natürlich auch als Ärzte, aber auch die Frau, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen und sagen mir, okay, dann setzen wir sie ab. Gerade bei Kinderwunsch zum Beispiel ist natürlich die erste Frage. Ich habe jetzt der Klassiker. Ich bin mit 14, 15 zum ersten Mal zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gegangen und habe die Pille verschrieben bekommen. Das war früher tatsächlich leider der Klassiker, heutzutage immer weniger. Aber dann hat man, wenn man jetzt 30 Jahre alt ist und langsam Kinderwunsch hat zum Beispiel, 15 Jahre lang Hormone genommen. Was passiert denn jetzt mit meinem Zyklus nach Absetzen der Pille? Etwa die Hälfte der Frauen haben nach Absetzen der Pille keinerlei Probleme. Das kann nach dem ersten Monat wieder funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Man hat ganz normal die Periode und hat überhaupt keine Probleme. Normale Eisprünge, alles läuft, wie man es kannte oder wie man es noch nicht kannte, aber jetzt eben kennt und hat überhaupt keine Beschwerden. Aber da stecken natürlich auch 50 Prozent hinter, bei denen es nicht so optimal läuft. Klassische Symptome sind zum Beispiel nach Absetzen der Pille Zwischenblutung, dass man denkt, jetzt geht es los, alles klar. Aber dann kommt nicht die Periode, sondern es ist immer nur so ein sogenanntes Spotting, also Zwischen- und Schmierblutungen, die sich nicht so richtig einstellen wollen. Was natürlich extrem lästig und nervig für viele Frauen ist. Erstens können sie ihren Zyklus überhaupt nicht einschätzen, wissen nicht, wo sie sich befinden im Zyklus. Und zweitens ist es natürlich für den alltäglichen Umgang in der Öffentlichkeit zum Beispiel sehr, sehr nervig. Zweiter Punkt, den sehr viele Frauen eben auch haben, sind verstärkte Schmerzen bei der Periode. Diese Abbruchblutungen bei der Periode waren eben nicht so schmerzhaft. Und jetzt sitzen sie da und sagen, boah, das tut jetzt so weh, das kannte ich vorher mit der Pille so nicht. Auch das wäre ein Symptom, was zu erwarten wäre nach Absetzen der Pille. Das Ganze sollte sich ungefähr nach, Achtung, einem Jahr so einigermaßen regeneriert haben. Und ein Jahr ist eine lange Zeit. Andere Studien sagen sogar, nach 18 Monaten ist so langsam wieder das normale Maß des Zyklus zu erwarten. Nehmen wir mal an, man setzt im Januar diesen Jahres die Pille ab und hat dann Mitte nächsten Jahres irgendwann wieder einen normalen Zyklus, der auch normal schmerzhaft ist und eine normale Blutung zeigt. Das ist ein super langes Intervall und gerade Kinderwunschpaare werden jetzt mit dem Kopf schütteln oder nicken und sagen, boah, das ist wirklich lang. Also so lange kann ich eigentlich gar nicht warten. Aber, und das ist eben nur bei 50% der Fälle so, kann passieren, dass man nach so langer Zeit, die man Hormone zu sich geführt hat, auch eine relativ lange Zeit wieder braucht, um da wieder Routine reinzubekommen in den Zyklus. Und diese jahrelangen Hormone haben auch einen positiven Effekt zum Beispiel gehabt, aber auch negative Effekte. Positiver Effekt, den viele junge Frauen auch dann bemerkt haben, man hat bessere Haut, man hat volleres Haar. Und jetzt nach Absätzen passiert genau das Gegenteil. Man verfällt quasi wieder in pubertäre Zustände zurück. Man setzt die Pille ab und kriegt einen Monat später Pickel am Rücken, Pickel im Gesicht, fettige Haare, Haarausfall. All das ist leider normal und ist darauf zurückzuführen, dass man sich über Jahre lang einen gewissen Hormonpegel angeeignet hat, der jetzt abrupt weggenommen wird, abfällt. Und deswegen kommen jetzt diese ganzen alten Symptome, die man schon mal hatte, wieder zum Vorschein. Auch hier gilt, der normale Zyklus, der normale Hormonhaushalt pendelt sich wieder ein. Es wird besser. Es kann aber ziemlich lange dauern, bis sich das wieder einigermaßen normalisiert hat. Der Weg zum Hautarzt wegen zum Beispiel ausgeprägter Akne oder auch Haarausfall kann möglich sein, kann auch zu empfehlen sein, weil da gibt es manchmal auch relativ simple Methoden, um das ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Muss nicht unbedingt sein, aber das ist etwas, wenn man sehr darunter leidet, was man auf jeden Fall auch überlegen könnte. Die Pille oder die Hormone haben auch Einfluss auf unsere Psyche und die Sexualität. Gerade Frauen, die nach 15 Jahren zum Beispiel die Pille absetzen und auf einmal merken, ich habe mehr Freude, ich habe mehr Motivation, ich habe mehr das Gefühl, im Leben zu stehen, denken sich dann, wow, ich habe mich durch die Pille in einer gewissen depressiven Verstimmung, jetzt keiner manifesten Depression, aber so einer gewissen Antriebslosigkeit befunden, habe die jetzt abgesetzt und mir geht es psychisch besser. Tatsächlich sehr häufig der Fall. Und dann denkt man sich natürlich, habe ich jetzt 15 Jahre meines Lebens da vergeudet, ist immer müßig, darüber nachzudenken, aber Hormone haben auf jeden Fall Einfluss auf die Psyche. Viele Frauen kennen das auch als PMS zum Beispiel, das Prämenstrual-Syndrom, wenn so dieser Hormonschub da ist, dass sie sich psychisch einfach extrem verändern. Die Hormone gehen nach oben, die Stimmung geht nach unten. So ein bisschen kann man sich es vielleicht bei der Pille vorstellen, wo man so einen gewissen Pegel eben von Hormonen hat und da diese gewisse Negativstimmung hat, die jetzt nicht ganz ausgeprägt ist, aber eben nicht so ist, wie man es ohne Pille vielleicht kannte oder auch wieder, gegen Beispiel, gar nicht gekannt hat. 14, 15, Pille genommen, man weiß nie, wie es anders war. Sexualität und Libido nach Pille absetzen ist auch verändert. Also nicht nur auf die Psyche hat es Auswirkungen, sondern eben auch auf die Sexualität. Bei der Pille bzw. bei den Hormonen ist es interessanterweise so, da gibt es Studien zu, dass Hormone das Äußere des Partners beschönigen und auch den Geruch beschönigen quasi. Also wenn du hormonell gut aufgeladen bist durch die Pille oder Schwangerschaft zum Beispiel, findest du alles schön an deinem Partner. Der riecht gut, der sieht toll aus. Wenn man die Pille absetzt oder auch wenn die Hormone runtergefahren sind, dann kann sich das ändern. Es kann also sein, dass du deinen Partner nach Absetzen der Pille nicht mehr so attraktiv findest wie vorher und auch nicht mehr so riechen kannst. Bevor du jetzt aber anfängst, an der ganzen Beziehung zu rütteln, gilt auch hier, das pendelt sich in der Regel auch wieder ein. Initial im akuten Zustand kann es aber tatsächlich so sein, dass du deinen Partner unattraktiver findest als vorher. Auch an die lieben Männer da draußen. Das kann etwas Normales sein. Da muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Auf der Kehrseite der Medaille steht aber ein Libido-Gewinn. Das heißt also, man hat durch absetzende Pille wieder mehr Lust, sexuell aktiv zu werden. Also das gleicht das in den meisten Fällen aus. Nicht, dass den Frauen dann egal ist, mit wem sie schlafen, aber man hat dann einfach wieder mehr Lust, sexuell oder auch intim zu werden. Und da spielt dann die Attraktivität des Mannes vielleicht doch die untergeordnete Rolle. Weiß ich jetzt nicht. Das müsst ihr sagen. Auf jeden Fall kann sich das einfach ausgleichen. Wichtig für die Frauen ist zu wissen, okay, Attraktivität. Mann hat jetzt nichts per se damit zu tun, dass er sich jetzt krass verändert hat, sondern dass du dich vielleicht krass verändert hast in deiner Wahrnehmung durch die Hormone oder durch den Hormonabfall. Und wenn du gesteigerte Lust verspürst nach absetzender Pille, dann ist das erste Mal bei Kinderwunsch sowieso sehr förderlich, aber auch eine Art Wechselwirkung durch die Pille gewesen. Ein positiver Nebeneffekt bei Absetzen der Pille. Hormone haben auch immer so ein bisschen Angewohnheit, dass man ein bisschen Wassereinlagerung hat. Das ist quasi eine Nebenwirkung des Wirkstoffs, ist Ödema als Wassereinlagerung. Wenn man jetzt die Pille abnimmt, werden diese Ödema oft ausgeschwemmt. Das heißt, man nimmt vom Gewicht her ab, von der Körperstatur ist man jetzt nicht auf einmal ein Triathlet geworden, aber man hat weniger auf der Waage zu sehen, was natürlich auch psychisch einen extrem aufhellenden Effekt hat, wenn man jahrelang bei dem Niveau geblieben ist, egal was man gemacht hat, setzt die Pille ab und auf einmal ist man 5 Kilo leichter. In den meisten Fällen ist das tatsächlich Gewebewasser, was dann ausgespült wird über die Niere. Bei Kinderwunsch natürlich ganz oft auch wieder die Frage, wann werde ich jetzt schwanger? Und das haben wir vorhin schon angesprochen. Der normale Zyklus muss sich wieder einpendeln. Das kann sofort funktionieren. Also ich kenne Paare, bei denen hat das nach Absetzen im nächsten Zyklus direkt funktioniert. Es gibt aber auch welche, die wirklich Jahre gebraucht haben, damit da wieder ein normaler Zyklus zustande kommt. Und man wartet ja meistens als Kinderwunschpaar auch nicht Jahre, sondern geht nach einem halben, dreiviertel Jahr schon mal das erste Mal zum Gynäkologen und sagt, was können wir denn da machen, um das zu unterstützen? Und da wird ja in den meisten Fällen dann auch schon Diagnostik laufen, Hormonhaushalt, Spermiogramm etc., dass man einfach mal so eine grobe Übersicht hat, was da eigentlich los ist. Mehr davon könnt ihr zum Beispiel in meinem Video Kinderwunschkurs sehen, was man da so machen kann, um Spermiokonität zu verbessern, um von der Frau die Fruchtbarkeit zu maximieren, um seine Voraussetzungen einfach zu optimieren. Da gibt es viele Dinge, die man machen kann, ohne jetzt direkt in ein Kinderwunschzentrum laufen zu müssen. Aber das ist natürlich ein großes Thema. Wissen wir nicht. Wir können es nicht pauschal der Frau ansehen, ob sie jetzt im nächsten Zyklus direkt schwanger wird oder ob es tatsächlich ein, zwei Jahre dauern kann. Beides gibt es und beides muss man wissen. Rädchenfrage ist natürlich, wann, wie setze ich jetzt ab? Habe jetzt noch einen halben Blister von meiner Pille übrig, habe jetzt aber keine Lust mehr, aus welchen Gründen auch immer, möchte jetzt absetzen. Schleiche ich das jetzt aus, nehme ich nur jeden zweiten oder dritten Tag eine Pille, im Prinzip wird empfohlen, wenn medizinisch nichts dagegen spricht, sei es, wenn du starke Nebenwirkungen hast oder irgendwelche Gesundheitsleiden, die das jetzt verhindern und für eigene Kontraindikationen bieten für die Pille, muss man natürlich sofort absetzen. Ansonsten ist die Empfehlung eigentlich, diesen Blister zu Ende zu nehmen, dass man wirklich diesen normal angepassten Zyklus, je nach Pille sind da ja wirklich auch verschiedenartige Hormonanteile drin, die dem Zyklus angepasst sind, dass man das zu Ende nimmt, dann mit der Abbruchblutung quasi auch die Pille abbricht und dann, wenn der neue Blister eigentlich begonnen werden sollte, da gar nicht mehr mit startet. Bei der Minipille, also der gestagenhaltigen Pille, da kannst du direkt aufhören. Das hat keine Konsequenz, da brauchst du den Blister auch nicht zu Ende nehmen. Die haben im Prinzip nur ein Hormon drin, was einen gewissen Wirkstoff hat, ohne dass da irgendwelche Sequenzpräparate oder so sind und da kannst du direkt absetzen und schauen, was dein Zyklus dann so macht. Grundsätzlich gibt es da auch viele Studien und Paper zu, die überprüft haben, wie es den Frauen nach dem Pille absetzen geht und in einer großen Anzahl sind die Frauen eher zufriedener als vorher, muss man sagen. Die Studien sind daher auch ein bisschen schwammig, weil man natürlich aus welchen Gründen auch immer die Pille bewusst absetzt und nicht quasi studienbasiert dazu gezwungen wurde, die Pillen abzusetzen. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte hormonfrei verhüten, hat man sich ja vorher schon mit Hormonen zum Beispiel auseinandergesetzt und weiß, warum man das jetzt absetzen möchte und tut es nicht einfach so. Das heißt, allein dieser positive psychische Effekt, ich setze meine Pille ab, jetzt geht es mir besser, der spielt in diesen Studien auch eine Rolle, die nicht berücksichtigt wurde oder Kinderwunsch zum Beispiel. Wir möchten jetzt Kinder kriegen, wir sitzen jetzt beruflich gut da, wir sind gut aufgestellt, als Paar haben wir uns gut gefunden. Das ist alles so eine positive Ausgangslage, wenn man sich für den Kinderwunsch entscheidet, was auch solche Studien beschönigt. Meine persönliche Erfahrung ist ja, die meisten finden es aus diesen Gründen auch sehr positiv, die Pille abgesetzt zu haben. Es gibt aber auch, und das darf man nicht vergessen, wirklich Frauen, die von der Pille auch profitieren, weil die andere Vorerkrankungen haben, sei es Migräne oder Endometriose oder andere Geschichten, die sie einfach auch gesundheitlich dazu ein Stück weit zwingen, Hormone zu sich zu nehmen. Also so schlecht die Pille und die Hormone momentan auch geredet werden, es gibt die Einsatzgebiete für die Pille, die auch positiv sein können. Die, die mich hier kennen, wissen auch, ich bin nicht der ganz große Hormon-Fan, aber nichtsdestotrotz muss man auch immer dazu sagen, fairerweise, es gibt auch die Einsatzgebiete, wo es sinnvoll ist. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat euch weitergeholfen. Pille absetzen, riesiges Thema auf jeden Fall. Schaut gerne mal, wie gesagt, bei Instagram vorbei, Facebook und bei YouTube. Nicht vergessen, das Blöckchen zu drücken. Wir hören, sehen uns wieder in nächsten Minuten. Viel Spaß, bleibt gesund, bis dahin und tschau.